Guten Tag, vielen Dank, dass Sie sich dieses Video angucken. Mit Sicherheit machen Sie das nur, weil Sie sich für dieses Gerät hier interessieren. Grundsätzlich muss ich Ihnen mitteilen, dass es sich bei diesem Gerät um keine Umkehrosmose handelt. Es ist eine Ultrafiltrationsanlage, relativ neu auf dem Markt. Sie werden sich sicher fragen, was ist denn der Unterschied zu einer Umkehrosmose? Das erkläre ich Ihnen gern. Bei einer Ultrafiltrationsanlage haben Sie eine Ultrafiltrationskapillarmembran und keine Umkehrosmose-Membran. Der grundlegende Unterschied dabei ist, dass bei der Filterung kein Abwasser entsteht. Hier wird das Wasser durch sehr kleine Kapillarröhrchen gedrückt und der Schmutz bleibt außen dran haften. Und das, was hier rauskommt, ist sehr sauberes Wasser. Es ist zwar nicht so sauber wie bei der Umkehrosmose, es werden aber insoweit Bakterien, Giftstoffe usw. herausgefiltert, dass Sie bestes Trinkwasser haben. Was nicht herausgefiltert wird, und das ist auch der große Unterschied zu der Umkehrosmose, sind die Mineralien. Die Mineralien, die der Körper benötigt, die verbleiben immer noch in dem Wasser. Nur der Schmutz und Dreck, den man da nicht dran haben will, wird herausgefiltert. Ein weiterer Vorteil im Gegensatz zu einer Umkehrosmose ist, dass, wie schon gesagt, hier kein Abwasser entsteht. Das heißt, bei einem Liter gefilterten Wasser haben Sie nur einen Liter Wasserverbrauch. Da aber diese UF-Membrane auch mal gespült werden muss, damit der Dreck weggeht, haben wir in dieser Anlage ein Spülventil, was von Zeit zu Zeit betätigt werden muss. Und durch dieses Spülventil wird halt einfach mit dem Wasserdruck diese Membrane durchgespült. Und der ganze Dreck geht dann raus. Das kostet nicht viel Wasser, ist aber sehr sinnvoll, denn wenn diese Membrane nicht gespült wird, die ist so fein, die würde nach, sagen wir mal, sechs Monaten zugehen und müsste dann ausgetauscht werden. Die Lebenszeit einer solchen Membrane beträgt 7.000 Liter. Können Sie sich selber ausrechnen, wie lange das hält bei Ihrem Wasserverbrauch. Und da es diese Spülung gibt, muss diese Anlage zum einen an das Abwasser angeschlossen werden. Da nimmt man sich unter der Spüle in der Küche den Siphon vor und über dem Bogen montiert man diese Schelle mit dieser Dichtung, die geruchsdichtend und wasserdichtend ist, bohrt ein 6 mm Loch in den Siphon und bringt diese Schelle an und man kann dann mit dem Schlauch diesen Hahn hier anschließen. Weiterhin gibt es zu dieser Anlage noch einen Auslaufhahn. Dieser Auslaufhahn wird hier an diesen blauen Stopfen montiert. Übrigens, unsere Anlage ist ausgestattet mit verschiedenen farbigen Stopfen. Hier der rote für Abwasser, hier der blaue für den Wasserhahn und hier der weiße für den Wasserzulauf. Damit Sie, in der Anleitung ist das auch nochmal bezeichnet, genau wissen, wie Sie in die Anlage anschließen. Es ist total einfach. Sie haben hier diesen Wasserhahn. Dieser Wasserhahn, da gibt es zwei Möglichkeiten, den zu montieren. Einerseits können Sie neben Ihrem Waschbecken in die Arbeitsplatte ein Loch bohren, 12 mm. Dann wird der hier mit diesen Anschlussteilen befestigt. Den können Sie wenden, den können Sie auf Dauer anstellen oder halt nur Kurzwasser zapfen. Und die zweite Möglichkeit, ihn zu befestigen, wenn man jetzt zum Beispiel eine Marmorplatte hat oder die Platte nicht durchbohren möchte, ist eine Wandhalterung. Diese Wandhalterung wird hier mit drei Schrauben an die Wand befestigt. Dann kommt der Wasserhahn hier rein und dann kann man das genauso zapfen. Für den Anschluss haben wir im Lieferumfang auch diese verschiedenen farbigen Schläuche. Also das für den Wasserhahn, das für den Wasserzulauf. Und für den Wasserzulauf, der wird hier angeschlossen, gibt es einen Kaltwasseranschluss mit einem Absperrventil. Dieser Kaltwasseranschluss, der hier im Lieferumfang enthalten ist, hat ein Maß von 3,8 Zoll. Das ist das gleiche Maß, was am Eckventil unter Ihrem Waschbecken zum Standardwasserhahn geht. Das ist standardisiert auf 3,8 Zoll. Und ganz einfach, Sie nehmen Abdichtband oder Teflonband, wickeln das so fünfmal rum um das Gewinde, schrauben den ein, schrauben das einfach dazwischen. Das ist mit einer Dichtung ausgestattet und an dem Schlauch Ihres Wasserhahns ist auch eine Dichtung, sodass Sie hier kein Dichtband benötigen. Das wird einfach reingeschraubt, das wird hier reingeschraubt. Und dann kommt hier der Schlauch rein und der wird einfach mit der Anlage verbunden. So, bei der Anlage selbst handelt es sich um eine fünfstufige Anlage, bestehend aus drei Vorfilterstufen und der eigentlichen Filtermembrane, der UF-Membrane und einem Passaktivkohlefilter. Diese drei Filter, die Sie hier sehen, Flussrichtung ist von hier nach da, sind eigentlich nur dafür da, um die Membrane vor Verschmutzung zu schützen. Würden die nicht da sein oder nicht regelmäßig gewechselt werden, dann würde diese Membrane sehr schnell verstopfen. Da die Oberfläche, aber der Filter viel größer ist als die der Membrane, verteilt sich der Dreck hier halt in den Vorfiltern, bevor er dann, bevor nun der feine Dreck auf die Membrane stößt. Sie haben als erstes hier einen Sedimentfilter, 5 µ, ist mit einem Aufkleber bezeichnet, sodass man das auch nicht verwechseln kann. Dann haben Sie einen Granulataktivkohlefilter, der relativ viel Granulataktivkohle enthält und somit eine relativ lange Lebensdauer hat. Und einen Blockaktivkohlefilter, der das Wasser dann zur Sicherheit noch einmal durchfiltert. Der hat eine Filter auf Einheit von 5 µ. Dann geht das Wasser in diese Membran und wird da durchgepresst. Der Wasserdurchfluss an dieser Membran beträgt so 2,4 Liter pro Minute. Das entspricht ungefähr der Fließgeschwindigkeit aus dem Tank einer Umkehrosmose. So, und am Ende läuft er dann noch einmal durch den Geschmacksfilter. Das ist ein Postaktivkohlefilter, versetzt mit Kokosnussschalen. Hält so 9 Kubikmeter Wasser und muss, wie alle anderen Filter hier auch, alle 6 Monate nach DIN 1988 ausgetauscht werden. Mit Sicherheit würden diese Filter auch noch länger halten als 6 Monate. Es ist aber so, dass durch die Oberfläche der Filter und dadurch, dass sie halt die ganze Zeit im Wasser stehen, nicht gewährleistet werden kann, dass sie als Fläche für Bakterien und Pilze dienen. Und um da die Verbreitung und die Verunreinigung des Wassers auszuschließen, werden diese Filter alle 6 Monate einfach ausgetauscht. Sie erhalten diese Filter bei uns relativ günstig, da es sich um Standardfilter handelt. Das ist 10 Zoll, das ist kein außergewöhnliches Maß, das ist Standard in Deutschland und mittlerweile auch überall sonst auf der Welt. Und ja, die bieten wir in Paketen und auch einzeln an. Was gibt es noch zu der Anlage zu sagen? Die Anlage ist auf einem Metallträger montiert. Der ist lackiert weiß. Man kann diese Anlage an eine Wand hängen. Viele stellen sie jetzt einfach nur in den Schrank unter der Küchenspüle, um dort das Wasser zu filtern. So, das war es von meiner Seite. Ich bedanke mich dafür, dass Sie sich das angeguckt haben. Sollten Sie noch Fragen haben, können Sie uns gerne anmelden. Wir werden so schnell wie möglich auf Ihre Frage antworten. Vielen Dank.